Über Digitalisierung wird ja auch in der Politik inzwischen zum Glück viel geredet. Trotzdem hört das Verständnis in der politischen Welt dann häufig auf bei Breitbandverkabelung, schnelles Internet, alles wichtige und notwendige Themen. Es ist noch viel zu wenig durchdacht und durchdrungen, welche enorme Herausforderung und auch Chance das für den Hochschulbereich bedeutet und für unsere Wissenschaft. Und deswegen fühle ich mich in der Tat dann auch ein Stück weit als Ruferin in der Wüste, aber ich bin nicht mehr ganz allein.